Bei fast jedem Fall gibt es einen, der sich mit uns einigt und frei heimelt. Wussten Sie das nicht? Was wir brauchen, ist nicht Gerechtigkeit, für die sind Gott und seine Engel da. Was wir brauchen, ist eine Geschichte. Wenn man einem Menschen beibringt, dass Unterschiede zwischen arm und reich natürliche Dinge sind. Wenn ein Mensch keine Chance hat zu lernen, aber ihm gesagt wird, er kann werden, was er will, solange er positiv denkt. Und wenn ihm eingeredet wird, dass es sein Fehler ist, wenn er nicht fröhlich ist. Denn ist er nicht fröhlich, so hat er nicht positiv gedacht. Und was ihm übles geschieht, geschieht ihm recht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Sie haben nie jemanden verklagt, niemand hat Sie verklagt, Sie kennen gar keinen Anwalt. Dann besorgen Sie mir einen. Er hat mich nicht verlassen. Damals nicht in die Felswand und nicht später als wir uns getrennt haben. Und dass er nicht um democraticen findet, weil es nicht glücklich ist, är erlaubt ist. Da ist er doch noch einplaces, ist er daslegt.